jetzt willkommen zu einer ws news aus meinen noch verbleibende oberste zeit wie stelle ich stehe euch die nie ort vor ja ihr habt schon gemerkt ganze ganze woche kann wie keine videos habe schon angekündigt ich habe noch ein bisschen urlaub das heißt kommende neue nächste woche kommen wieder videos das heißt wenn ihr das video sieht kommen ist am wochenende die nur und nie ort wenn ihr seht europäisches schlachtschiff aber sieht aus wie deutsches es hat leider natürlich die wissen den touch wie kann man ein bisschen wie steht auch meistens was geschichtlich ist dabei aber gehen wir nicht drauf ein also ist so ein schiff schützer von 18 oder 1980 h nach schweden nach schweden okay also wie gesagt das steht ein bisschen geschichtlich ist dabei aber gehen wir uns nicht weiter drauf ein wir gucken an was ist das das ding hat jetzt hier ups hier sind die stats ob bella ein bisschen anzupassen und klatsch also ist egal so die nie ort hat hier man sieht hier 33.900 leben für ein t9 also ist eigentlich schon fast ein lebenswert für ein 8 aber ich finde es kann man sagen gerade so nur im mittelfeld wir haben hier vier mal zwei 380 mm reichweite von 21 km das ist schon mal hammer geiler wert für ein t9 schiff also ist meistens so die premium schiffe sind das so angekündigt dass schon mal schon mal so eine richtung weiß wo der schiff zwei so eine forschbare schiff zwei geht wie die premium schiff ist das so der richtung meistens auch gar nicht also kommen wir darauf an wir haben ja 21,4 km für die stunde ganz gut ein hd durchschlagskraft von schaden sind wert von 4400 wir haben hier fast 100 mm durchschlagskraft okay alles klar läuft aber richtig oder also 100 mm für 380 ist schon ein großer wert wir haben hier 34 pro anfang schauen zu einem minus geschwindigkeit von 820 meter pro sekunde eine ap damage von 11.600 ich glaube das haben sie glaube ich meine deutschland auch so viel zu viel wie dort von 24 sekunden das ist schon mal hammer geiler wird wir haben weil es an den neuen schiffes haben wir das modul wir kommen ungefähr mit dem t9 modul ich glaube auf 22 ungefähr 22 sekunden ungefähr 22 sekunden ungefähr ich bin aber noch nicht so gegen uns ganz sicher das würde wie gesagt das alles work progress ist ganz sicher 180 grad drehen wir sind wir 30 sekunden eine maximale steuerwert von 274 siegme von 1 9 ist schon mal ziemlich sehr guter wert da sind wir gefühlt wie besser als die deutschen aber wie gesagt hier mit sigma wert ist so eine sache für nicht und wir haben ja hier luftschläge das sieht auch wirklich kein deswegen hat hier torpedos 4 x 5 denke aber hey torpedos das hatte ja auch die schliefen auch ja aber ich habe mich jetzt gestern mit gruppen alles angeschaut aber es ist leider sehr das gegenteil wir haben eine geschadenswert von 10.700 eine reichweite von 50 meter was die schliefen eigentlich fast auch hat aber dafür nicht 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 die hohe geschwindigkeit von knapp 90 das hat sich das nicht so wie davon und wir haben hier knapp über zwei minuten haben wir so auf text reich von 1,1 gemacht ist das eine sache deswegen also besitzt auch 6 x 2 und auf 7 kilometer das war es das ding hat nicht mehr zählen die leider ihr denkt hey halbwegs gute halbwegs gute batterie gute 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 torpedos zeckneri kompletter müll ja aber wirklich hier könnte es ich hier kann man sagen bei den anderen schwedischen schülern nicht schwedischen europäischen schiffen konnte man auch secondärisch skillen weil relativ viel vorhanden ist hier haben wirklich nur nur kann man sagen drei auf beiden seiten lohnt sich hier nicht oft in dem bild das lohnt sich wirklich nicht also ich hier lohnt sich mehr so eine schlafen und überlebensschlachtung und das ist eins was wir hier machen kann wir meine chance von 1700 und eine minusgeschwindigkeit ab von 850 jetzt müssen wir uns keine haben wir sieben das ist schon eigentlich ziemlich sehr gut und eine blutabwehr reich wird von 6 schon mal ganz gut also zeichnet er müll luft der wir sagen ist okay aber rest ist ganz gut über eine geschwindigkeit von 32 knoten eine schüttelte schüttel sind bei 840 metern prozent 840 meter haben wir eine rochstelle von 14,4 15,4 damit von 15 1 klar im tarnungsmeister zahnungsmodul dass wir kurz herunterbrechen und ich glaube also ich schätze mal so 13 ich glaube es kann sein 13 13 fast knapp 13 kilometer tarnwert haben wir mit das modul aber ist immer ist eine bei mir persönliche schätzung also ich schätze mal so ungefähr 13 kilometer tarnwert also dann wenn es relativ gute tarnwert wir haben hier 50 kilometer torpedoreichweite also wie können torpedos hier blind abschmeißen das ist möglich die treffen ist wieder was natürlich was anderes aber treffen ist möglich wenn der gegner euch rascht und die geht geradezu könnt ihr einfach unsichtbar die kann die topz abschmeißen also wenn der gegner zu euch fährt dann könnt ihr topz abschmeißen aber wenn er wie sehr wurde schätzt alt von 15,4 ist wirklich nicht geil also die torpedos er so viel wegfahren nutzen oder für nahkampf deswegen wenn ihr eine auf und seite und einmal spaß ihr könnt glück haben ihr schießt und schmeißt mal wenn man topz immerhin kann immer sein doch ein torpedotreffer bisschen könnte aber das ist immer sehr geringer prozentsatz auf sechs reichweite beim flugzeug sind wir bei 11,8 und eine komplette wenn wir dann und also mal hier jetzt morgen setzen wir bei 14,2 das ding hat die dämpfe und vollparty und 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 der vollparty und rabitur party das war es mehr besitzt das ding nicht also kann man sagen nur sagen ja also 0 auf 50 schlachtschiff also lebenszeichnende lebenspunkte muss ich wirklich sagen sie mir so mitte fällt auf batterie 20,21 20,4 für sagen ist okay wieder ist okay kann man ein bisschen drückt noch mit modulen signal wird ist wir sagen auch okay was hier eigentlich hier wirklich die highlight ist sind die wirklich die gute torpedos also wenn er wie gesagt wenn der gegner euch wenn ihr weg fährt und ich schmeiße gegner ich schmeiße gegner zu ihnen rüber es kommt immer darauf an wie der torpedowinkel ist wenn der torpedowinkel sehr bescheiden ist wie das wer abwerfen bisschen tricky würde ich sagen dazu mit hohen ruderstellzeit aber mal schauen eure meinung zu den schiff wie ihr so findet ich für sagen ist ganz solide ist hat natürlich besonders ist wirklich ja die torpedos wieder würde ich sagen ist wie die torpedos für highlight aber das war es wir haben hier 32 torpedos schutz von 23 prozent je aber hier steht kein abwärtschanzen verstehe ich weil meistens nie wenn sie welche devblocks packen wir haben hier torpedos schutz von 23 prozent aber nicht von abwärts da gibt es hier wieder poster steht hier 60 prozent hier sind brennt bei 60 sekunden aber kein torpedos schutz warum schreiben wir das auch nicht dazu das verstehe ich nicht warum wird das immer ausgeklammert immer muss man nicht verstehen einmal so ein schiff wie ihr findet und ich lasse mich ein bisschen überraschen ist also progress und wir sagen wir sehen uns nächste schiff vorstellung wie gesagt tut mir leid ist kein videos kann aber ich habe schon am anfang ein video schaue ich erwähnt ich habe mich wollte mir ein bisschen urlaub genießt und das kann als nächstes kommendes wochenende mache ich wieder videos das heißt es das kommende woche kommen wieder neue videos wir sagen bis das nächste mal unter drei tschüss